Wunderschöne guten Morgen, liebe Schülerinnen und Schüler, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt heute zu einer weiteren spannenden Folge. Herr Peter erklärt euch Mathematik und ich kann jetzt schon versprechen, das was ihr jetzt seht, ist eine der wichtigsten Stunden überhaupt für eure Karriere hier an der Realschule. Heute geht es mit einem der aller 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 wichtigsten Kapitel der Mathematik los und das muss man dann jedes Schuljahr anwenden und es fängt einfach an und wird immer mehr aufgebaut bis am Schluss dann sozusagen richtige Termmonster da sind, die man dann zusammenfassen muss. Und ich fange jetzt mal mit zwei ganz einfachen Termen an. Den ersten Term nennen wir minus 2 mal x plus 8 und ein zweiter Term, der soll mal lauten 0,5 mal x minus 10. Ja, das sind zwei verschiedene Terme und wir wissen ja, als Term bezeichnet man in der Mathematik sozusagen jede sinnvolle Verbindung von Zahlen und Variablen und auch eine Zahl, eine Variable an sich alleine kann schon ein Term sein. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier, sind wir jetzt zwei Terme mit Variablen, ich kann mir natürlich da an der Stelle auch noch Zahlen denken, zum Beispiel hier die Zahl 5 oder hier hätte ich die Zahl minus 7. Gut, ja, und jetzt habe ich sozusagen Terme auf der einen Seite und letztendlich Zahlen auf der anderen Seite und jetzt, jetzt kommt es, jetzt kann ich dementsprechend diese zwei Terme mit Zeichen verbinden und sobald ich jetzt Terme mit einem istgleich verbinde, dann, sagt man, liegt jetzt eine Gleichung vor. Und häufig müsst ihr dann in Mathe dann immer wieder Gleichungen so umformen, dass ihr halt dann dementsprechend wisst, was die Variable war und vorher war das dieser tolle Platzhalter. Ja, und wenn einer überhaupt keine Ahnung hat, um was es dann geht, da gibt es immer eine Möglichkeit, man könnte zum Beispiel Gleichungen durchprobieren lösen. Wenn ich gleich mal durchprobieren löse, heißt es, dementsprechend, ich setze da Zahlen ein und schaue halt dementsprechend, was kommt da raus. Na, könnte man zum Beispiel sagen, gut, ich setze jetzt für x mal 1 die Zahl 2. Also könnte man hinschreiben, minus 2 mal 2 plus 8 ist 5. Und jetzt könnte man es ausrechnen, also minus 2 mal 2 wäre in dem Fall minus 4 plus 8 ist 5. Und wenn ich minus 4 plus 8 rechne, dann kommt raus 4, also steht jetzt am Schluss da, 4 ist gleich 5. Ja, muss man aber überlegen, kann das sein, kann 4 das gleiche sein wie 5, sind 4 Schnitzel das gleiche wie 5 Schnitzel? Nein, das ist natürlich nicht das gleiche, weil wenn ich 5 Schnitzel esse, habe ich ein viel dolles Bauchgefühl, sozusagen, als wenn ich 4 Schnitzel esse. Deswegen ist 4 nicht das gleiche wie 5, also ist das falsch. Und in dem Fall müsste man hier jetzt hinschreiben, ein f für falsch. Gut, wenn wir ein bisschen weiter herumprobieren, ich könnte natürlich jetzt da alle möglichen Zahlen einsetzen und das jetzt im Kopf auflösen. Dann fangen wir halt mal an, nehmen wir an, wir haben jetzt Zahlen, die man einsetzen soll, von Grundmenge von 0 bis 8 sollen wir alle Zahlen einsetzen und dann schauen, was wäre dementsprechend dann jeweils der Termwert. Das heißt, nehmen wir an, hier haben wir als Grundmenge, die schreibe ich mal hin, Grundmenge sollen wir alle Zahlen sein, von 0 bis 8, also 0, 1, 2 und dann halt noch die 8. Also wichtig, wenn ihr solche Mengen habt, dann, und habt da Strichpunkte, kann man mit Punkt, 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 Strichpunkt weitermachen, dass das die Zahlen sind. Man könnte auch eine Schreibweise nehmen, die nennt man Intervallschreibweise, um da deutlich vorzulegen, dementsprechend, welche Werte man nimmt. Also das wäre jetzt zum Beispiel das Intervall, also für x wäre jetzt ein Intervall von sozusagen 0 bis 8 und um deutlich zu machen, dass man jetzt hier nur ganze Zahlen einsetzen soll, könnte man dementsprechend hier jetzt dann noch ein n machen. Oder wenn es natürlich dementsprechend Minus dabei wäre, könnte man da z machen, das heißt, man dürfte jetzt hier nur ganze Zahlen nehmen und dann, weil es die Grundmenge sein soll, könnte man schreiben, Grundmenge sind alle x, für die gilt x ist ein Element vom Intervall von 0 bis 8. Wenn das jetzt einer etwas komplizierter haben will, könnte man es auch so angeben. Entscheidend ist jetzt, also diese Zahlen können eingesetzt werden für x und man muss halt dann herausfinden, welche Zahl die Gleichung löst. Also gehen wir es mal der Reihe nach durch, kann man natürlich den Kopf durchspielen, setze ich 0 ein, habe ich Minus 2 mal 0, ergibt 0, 0 plus 8 ist 5, leider falsch. Weil dann 0 plus 8 ist ja 8 und 8 ist nicht 5, also es wäre falsch. Nächste Zahl, nehme ich an, ich habe 1, also Minus 2 mal 1 habe ich Minus 2, Minus 2 plus 8 ist 6, ist auch nicht 5, wäre falsch. Wenn ich 2 einsetze, haben wir gerade ausgerechnet, wenn ich 3 einsetze, hätte ich Minus 2 mal 3, wäre in dem Fall dann sozusagen Minus 6, Minus 6 plus 8, komme ich sozusagen dann auch auf alle möglichen Zahlen. Allerdings, auch 5 wird da nie rauskommen, das heißt, auch bei 8, wenn ich 1 setze, Minus 2 mal 8 wäre es dementsprechend Minus 16 plus 8, wäre es bei Minus 8. Also in dem Fall gäbe es jetzt aus dieser Grundmenge hier keine einzige Zahl, die diese Gleichung lösen würde. Also es kann auch mal sein, in dem Fall, stelle ich fest, da gibt es keine, also ist die Lösungsmenge für diese Gleichung, in dem Fall die mehrere Menge. Nun, weil ich könnte jetzt aus dieser Zahlmenge alle Zahlen einsetzen, die diese Gleichung lösen, gibt es keine. Ja, vielleicht habt ihr auch schon herausgefunden, was es ist für Zahlen, mal, ich würde feststellen, also ich kann natürlich weiterspielen, wenn ich jetzt, nehmen wir an, ich habe hier Minus 1, gell, Minus 1 setze ich Minus 2 mal dementsprechend, äh, was habe ich gesagt, Minus 1 setze ich Minus 2 mal Minus 1, ergibt sozusagen dann, 1, 1 plus 8 wäre neu, bin ich auch schon drüber, bei Minus 1, bei A0 haben wir festgestellt, wäre es 8, und wenn ich 1 einsetze, bin ich bei 6, und wenn ich 2 einsetze, bin ich ja schon dementsprechend bei 4, also ist es eine Zahl, die das lösen würde, und es wäre die Zahl, was müssen wir einsetzen? 1,5, also wenn natürlich jetzt die Grundmenge, dann könnte man natürlich jetzt eine zweite Grundmenge angeben, wenn das alle Zahlen sind, die es gibt, zum Beispiel wenn es die Grundmenge Q wäre, dann käme ich mit Probieren auch drauf, dass es die Zahl 1,5 sein müsste. Warum? Weil wenn ich nämlich habe Minus 2 mal 1,5 plus 8 ist 5, Minus 2 mal 1,5 ergibt Minus 3, also Minus 3 plus 8 ist 5, und dann steht da 5 ist gleich 5, und das ist wahr, also das wäre die wahre Aussage, das heißt, die Zahl 1,5 wäre die Zahl, die man einsetzen müsste, und dann müssen wir jetzt hinschreiben, die Lösungsmenge, also dieses L heißt Lösungsmenge, ist 1,5, also es gäbe eine Zahl, die lösen würde, allerdings wäre sie jetzt nicht hier bei den Elementen von 0 bis 8 dabei, aber wenn man natürlich 1 setzt, wie gesagt, also könnte man schon auf die 1,5 kommen, warum? Wenn ich 1 einsetze, ist ja mein Wert 6, wenn ich 2 einsetze, habe ich dementsprechend den Wert 4, naja, also 5 ist genau zwischen 6 und 4, also müsste es 1,5 sein. Es gibt natürlich noch ein Verfahren, mit dem man dann viel einfacheres lösen kann, ohne dass man jetzt mühsam rumprobiert, aber vielleicht kommt ja einer drauf, dass dann die Zahl sozusagen 1,5 sein muss, weil ich stelle ja fest, wenn ich 8 dazu addiere, kommt 5 raus, das heißt, ich muss eine Zahl finden, zu der ich, wenn ich 8 addiere, auf die 5 komme, und auf die komme ich, wenn ich 2 mal diese Zahl rechne, dann wird klar sein, ich muss zu minus 3 die 8 dazu addieren, damit 5 rauskommt, und dann muss es 1,5 sein. Also letztendlich, ihr müsst manchmal Gleichungen durch Probieren lösen, das heißt, man setzt alle möglichen Zahlen ein aus der Grundmenge und schaut halt, was herauskommt. Da ist natürlich geschickt, wenn man grob ein wenig abschätzt, wo es sein könnte, weil sonst seid ihr ewig beschäftigt, da Zahlen einzusetzen, bis ihr dann genau die findet, die die Gleichung ist. Ja, schauen wir uns den nächsten Part an, also wir haben jetzt hier auch, es soll jetzt dementsprechend 0,5 mal x minus 10 soll minus 7 ergeben, können wir ja dementsprechend mal Zahlen einsetzen, gut, wenn ich 0 einsetze, hätte man 0,5 mal 0 minus 10, hätte ich minus 10, minus 10 minus 7 wäre falsch. Wenn wir ein 1 einsetzen, aus dieser Grundmenge hätten wir 0,5 mal 1 sind dementsprechend mehr. 0,5, 0,5 minus 10 ergibt letztendlich dann minus 9,5, also dann sollte klar sein, das muss natürlich irgendeine gerade Zahl sein schon mal, also dementsprechend vielleicht 2, 4 sonstiges, weil sonst komme ich auch wieder 0,5 nicht mehr auf, was gerade ist. Also setzen wir es halt mal ein, fangen wir an mit 0,5 mal 2 minus 10 ist 7, rechnen wir aus, weil 0,5 mal 2 ist 1, 1 minus 10 wäre minus 9, also hätten wir minus 9 ist minus 7, leider falsch. Setzen wir die nächste ein, 3, brauchen wir nicht, kommen wir raus, 4. Also hätten wir gerade mal probieren, was ist das, 0,5 mal 4 minus 10 ist das, minus 7, dann hätte ich in dem Fall, 0,5 mal 4 ist 2, 2 minus 10 ist allerdings minus 8. Also sind wir schon nah dran, also hätten wir minus 8 ist minus 7, auch falsch. Nächste gerade Zahl, 6, also wenn ich rechne, 0,5 mal 6 minus 10 kommt raus, dementsprechend minus 7, 0,5 mal 6 ist 3, 3 minus 10 ist minus 7. Also hätte man in dem Fall für 6, wer jetzt einsetzt, die wahre Aussage. Also folgt die Lösungsmenge, ist dann dementsprechend immer, in dem Fall jetzt hier, die Zahl 6. Werde natürlich jetzt hier zum Beispiel rauskommen, dass es die Zahl 10 wäre, ist jetzt hier nicht der Fall. Da müsst ihr schauen, ist diese Zahl, die ich rausfinde, ist der Grundmenge enthalten. Und wenn sie nicht dabei ist, dann wäre wieder die Lösungsmenge, die berühmte leere Menge. Und für die leere Menge gibt es zwei gängige Symbole. Das eine ist ein Durchkreis, der so durchstrichen ist. Und was auch noch geht für die leere Menge, wäre die Mengenklammer auf, die Mengenklammer zu, ohne Zahl drin. Also das waren also Symbole für die leere Menge, die haben immer mal wieder ihre Verwendung. Häufig kommt nicht die leere Menge raus, sondern irgendeine Zahl. Und falls natürlich hier mal eine Gleichung lösen, da kennen wir zum Beispiel als Lösungsmenge raus, als Zahl 1,2 und die Grundmenge wäre dann z, was die ganzen Zahlen sind, also minus, bumm, 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 minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 und hoch. Dann wäre natürlich dann 1,2 kein Element von z. Also wäre auch hier dann die Lösungsmenge die leere Menge. Sobald nichts angeben ist, in Zukunft ist eigentlich häufig die Grundmenge immer die größte Zahlmenge, die es gibt. Das heißt für uns, die Max, ist die Grundmenge dann immer Q, es sei denn, es steht was anderes da. Und dann müsst ihr aufpassen, wenn natürlich dann Brüche oder Dezimalbrüche als Ergebnis rauskommen. Weil wenn die Grundmenge n ist oder z und ein Ergebnis dann für die Variante wäre ein Bruch, dann wäre die Lösungsmenge immer die leere Menge. Also grundsätzlich könnt ihr dementsprechend, macht ihr jetzt einen kleinen Hefteintrag, schreibt ihr drüber als Überschrift Gleichungen und dann erstens schreibt ihr dann hin, Gleichungen kann man durch Probieren lösen und dann macht ihr dementsprechend diesen Eintrag hier, Beispiele sozusagen und dann, so könnte man das also dann durch Probieren, Gleichungen lösen. Was da auch immer interessant ist, ist dann immer die Grundmenge von der Bezeichnung her, was ist die Lösungsmenge, da findet ihr dann auch in eurem Buch einen schönen Merksatz drüber, Merkkassen zu dem Thema Gleichungen, den schreibt ihr dann bitte noch nach dieser Tafelanschrift ab. Müsst ihr halt mal schauen, Gleichungen und Ungleichungen, ihr habt das Buch jetzt nicht da, denn in jedem Buch ist das auf der anderen Seite. Dann werdet ihr bestimmt feststellen, dann heißt erstmal grundsätzlich bei Gleichungen, die Grundmenge ist immer die Menge aller Zahlen, die man für die Variable einsetzen kann, soweit nichts anderes angegeben gilt, immer G ist dann Q und die Lösungsmenge enthält dann immer die Zahlen, die beim Einsetzen in die Grundmenge eine wahre Aussage liefern. Wie gesagt, da gibt es überall in jedem Buch Merksätze, da könnt ihr gerne die dann nochmal übernehmen und so lösen wir Gleichungen durch Probieren. Das heißt, habt ihr jetzt mal gesehen, wie das geht, irgendwann wird man natürlich Gleichungen nicht mehr durch Probieren lösen, sondern mit den sogenannten Umformungen und diese Umformungen nennt man dann Äquivalenzumformungen und da wisst ihr ja auch, äquivalente Terme gab es ja schon, bedeutet Gleich und da müsst ihr sozusagen die Gleichungen geschickt, mit gleichen Umformungen dann so umformen, dass dann am Schluss die Variable als Ergebnis rauskommt. Ja, wie das geht, das zeigt uns dann der nächste Teil unseres Video-Tutorials. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut, bis die Tage, euer Herr Peter. Vielen Dank.